Hey Leute, ich habe gerade schon ein Video gemacht und ich warte, ich muss direkt gucken, ob die Aufnahme überhaupt schaltet. Ja, hat sie! Und ich mache jetzt kein Review für meine Quastra Girls. Ich bin über die Quastra Girls CD, also DVD erstmal. Ähm, ja, ganz normal, ähm, My Little Pony Quastra Girls. Hier ist Twilight, ich muss das erstmal drehen. Oder ich mach's so. Twilight mit dem Pony, also Twilight als Mensch und als Pony. Hier steht ab 0, ja. Die DVD zum Film. Und ich habe es noch nicht ausgepackt, also es schimmert noch, das seht ihr auch. Und ja. Hier steht, die frisch gekrönte Prinzessin Twilight Sparkle folgt der Einladung von Prinzessin Celestia in den Kristallpalast. Ihre Ponyfreundinnen dürfen dabei natürlich nicht fehlen. Doch noch jemand hat sich eingeladen, nein, eher eingeschlichen. Eine ehemalige Studentin von Celestia. Das Pony Sunset Shimmer. Und sie führt nichts Gutes im Schilde. Sie hat es auf Twilight Sparkles Krone abgesehen. Als es Nacht wird und alle schlafen gehen, kommt Sunset Shimmer aus ihrem Versteck und reißt sich die Krone unter die Hufen. Als sie dabei von Twilight Sparkle entdeckt wird, ergreift sie die Flucht zusammen mit der Krone. Rettet sich Sunset Shimmer mit dem Sprung. Ich muss gerade gucken mit dem Sprung in den Zauberspiegel. Und dieser Spiegel bringt ein ganz besonderes Geheimnis. Der ist ein Zugang zu einer anderen Welt. Bundesmaterial hinter den Kulissen zum Musikvideo, Charakterepisoden, Musikvideo, Magie der Freundschaft, Deutsch, Englisch, Trailer, Deutsch, Englisch, EG, Stomp. Ja, hier ist Sat Shimmer, Pinky, Rainbow, Twilight, Rarity, Applejack, Flottershy und der Spike sogar. Ja, das ist die DVD. Ich mache sie jetzt erstmal auf. Hier mit der Maggelschere, weil ich jetzt gerade nichts anderes habe. So, kleines Löchlein und schneiden. Ich habe da selber noch nichts reingeguckt. Der Packung kann weg. Und es riecht noch neu. Oh, schick! Das ist die DVD. Und es sieht alles sehr, sehr schön aus. Auch hier sind andere DVDs noch. Und dann hoffe ich, diese Review hat euch vom ersten Teil gefallen von der DVD. Und im nächsten Teil seht ihr Rainbow Rocks Twilight Sparkle. Also, bis später!